Musik Lena und Julian möchten heute subtrahieren, Minusrechnen. Lena hat drei Hunderter, vier Zehner und fünf Einer. Insgesamt 345 Euro. Ihr Freund Julian hat zwei Hunderter, einen Zehner und drei Einer. Insgesamt 213 Euro. Nun möchten die beiden den Unterschied berechnen. Dazu benötige ich eine Subtraktion, eine Minusrechnung. Zuerst nehme ich die Hunderter. 300 minus 200 ist gleich 100. Jetzt schaue ich auf die Zehner. 40 minus 10 ist gleich 30. Und jetzt noch die Einer. 5 minus 3 ist gleich 2. Ich fasse zusammen. 300, 40 und 5 sind 345. Minus 200, 10 und 3 sind 213. Ist gleich das Ergebnis 130 und 2, 132. Rechne jetzt mit mir mit. Achte auf die Schreibweise. 653 minus 321. Du blickst zuerst auf die Hunderter. 600 minus 300 ist gleich 300. Dann nimmst du die Zehner. 50 minus 20 ist gleich 30. Und zuletzt brauchen wir noch die Einer. 3 minus 1 ist gleich 2. Somit siehst du die Rechnung. 653 minus 321 ist das Ergebnis 332. vídeokircher servicios. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.